Habt ihr WLAN hier? I don't wanna go back to how we both used to be. Ja, dann mach auf! Guten Morgen! Ein neuer Tag! Auf Radio Tour! Herzlich willkommen und viel Spaß! Die Herrschaften werden gebeten, sich direkt den Stock zu begeben. Und da werden sie dann abgeholt von der zuständigen Person. Echt herzlichen Dank, ich begebe mich in den Aufzug! Hallo, wer spricht? Was haben wir? Erst mit Bier! Sehr schön, ich würde nur Tschüss sagen! Nennt mich Wetterfee! Wetterfee! Am Nachmittag ziehen weiter dichte Wolken auf, die auch Regen und vereinzelt auch Gewitter bringen. Ach ja, so ein paar gibt es natürlich immer. Vor allen Dingen im geschützten Raum des anonymen Internets. Da verirren sich dann doch ab und zu mal ein paar Leute, die sich im echten Leben nicht trauen würden, mir gegenüber zu stehen und da ihre Hassparade abzulassen. Warte, Kollege, strand gut! So! Frau! Frau! Frau Handschuh! Handschuh! Das war es jetzt beim NDR NRW. Scheiße! Das war es jetzt beim Radio NRW. Und jetzt gehen wir mal Fudong und dann geht es direkt weiter nach Köle. Okay! Bei meinem Lieblingssender 1Live! Vielleicht ist Larissa da! Hi! Hier ist Lena und das ist mein neues Single Don't Lie to Me in 1Live! Hallo! Hier ist Lena und wenn ihr das ganze Interview sehen, hören wollt, dann swipe BRB! Hallo und herzlich willkommen auf deinem Lieblings-YouTube-Skanal! Hallo, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal deiner Träume! Ja und... Ach so, was machen wir hier? Ja, wir sind beim Radio! Ja, einmal den in den Plan abziehen! Also bald kann ich den Blocker machen! Also wir sind in der Heimat gerade, leider nur auf der Durchraße. Weiter geht's mit der Radiotour! Hannover, FFN, Hydradio, Antenne! Und jetzt geht's weiter nach Bremen! Und wie immer? Herzlich willkommen zu Radio Bremen! Moin! Hi Stefan! Ich gleich! Ein Mops! Der ist wie von... Der ist wie von Lorio! Sieht aus wie du! Sieht aus wie ich! Sieht aus wie ich! Sieht aus wie ich! Hi, ich bin Lena bei Bremen 4! Hallo ihr Lieben! Hier ist Lena für euch bei Bremen 4! Hi Lieben, ich bin Lena, ich wünsche euch ein tolles Wochenende mit Bremen 4! Ich wünsche euch einen schönen Tag mit Bremen 4! Ich wünsche euch eine gute Woche mit Bremen 4! Habt einen schönen Abend mit Bremen 4! Habt einen tollen Nachmittag mit Bremen 4! Hi Lieben Bremen 4! Der dritte Blitzer Leute! Heute ist Blitzer Tag! Ist auch in Bremen auf der B75 Stadt auswärts Ausfahrt GVZ! Ja, morgen! Die Frage ist... Werden juckt es eigentlich? Ja, wir sind in Hamburg jetzt! Warte mal! Ich mach mal die Stöpsel raus! Mach das! Es ist gerade richtig schön, dass hier Luft reinkommt! Eine Brise! Eine Brise! Ich kann noch nicht! Wir gehen jetzt! No joke! Wow! Wir sind bei NDR 2 und danach geht's zu Enjoy! Wir machen Radio Reise! Weiter geht's! Yalla, yalla! Okay! Ich tue mich immer so schwer, sowas zu sagen oder sowas zu erzählen, aber ehrlich gesagt sehr, sehr viele! Das macht mich natürlich ganz glücklich und das ist für mich ein unglaubliches Gefühl. Also ich krieg ganz, ganz viele Nachrichten von Leuten, die sagen, hey, ich hab das Album gehört und ich irgendwie, ich hatte vorher gar nicht so richtig eine Verbindung zu dir oder zu deiner Musik und ich hab irgendwo ein Interview gesehen und hab das Gefühl gehabt, dass ich da mal reinhören möchte aufgrund der Sachen, die du gesagt hast und so und hab mir das angehört und das berührt mich total. Hi, ich bin Lena und ihr hört meine neue Single bei NDR 2. Das ist dann noch nicht offiziell. Um 16 Uhr gehen wir erst raus. Ich glaub, intern gehen wir immer schon. Mein Verteiler kommt auch immer um 16 Uhr. Das ist dann noch mal. Das ist doch, doch so. Das ist ja so. Das ist auch stomach-schneisch. Das ist ja sonst einfach. Überall das. Das ist mir echt nicht. Das ist ja. Das ist ein bisschen. Und ich wünsche euch frohe Weihnachten. Hattest du heute deinen großen Auftritt bei UFM? Ja, ihr müsst alle einschalten, morgen meine Stimme. Ich habe für Lena übernommen. Du bist wunderschön. Dankeschön. Und wie macht man das jetzt? Abbruch, Abbruch. So? Kann nicht mehr. Ja, dann mach auch. Mach auch.